Das Bernsdorfer Rathaus feierte am Mittwoch sein 100-jähriges Bestehen. Genau am 17. August 1922 wurde aus dem ehemaligen Bernsdorfer Schloss- und Rittergutsgebäude der Amtssitz des Bürgermeisters und der Verwaltung. Anlässlich dazu fand auf den Tag genau 100 Jahre später eine kleine Festveranstaltung statt. Dabei gab es neben vielen Fakten auch zahlreiche historische Fotos zu sehen. Wie hier das Erinnerungsfoto zum Andenken an den Tag des Erwerbs des Rittergutes durch die Gemeinde. Es zeigt die 1919 gewählte 17-köpfige Gemeindevertretung mit dem Gemeindevorstand. Anzunehmen ist, dass es ein kleines Wasserschloss oder eine Wasserburg war, wie es sie in unserer sumpf- und wasserreichen Gegend vor allem im Lausitzer Urstromtal gab. Erstmals 1835 wurde das Gutsgebäude dann als Schloss in einem Handbuch zu dem Atlas von Preußen aufgeschrieben. Bernsdorf war zu dieser Zeit ein noch kleines Dorf mit gerade einmal rund 200 Einwohnern. Während der Schlossgeschichte gab es auch die eine oder andere Tragödie. Leutnant Otto Schulze war der Bevollmächtigte seiner verwitweten Mutter Nathalie Schulze, die 1889 Besitzerin wurde. Stolz sitzt er auf seinem Pferd am Treppeneingang des Gutes Bernsdorf. Schulze hat sich 1905 wegen finanzieller Schwierigkeiten erschossen. Wenige Tage darauf starb auch seine Mutter. Die Erben verkauften das Gut, später erwarb es der Rumäne Tudor Dumitrescu. Er baute das Schloss ab 1912 völlig um. Die alle vier Seiten umkleidende Mansarde wurde beseitigt und der erste Stock mit den Balkonen und dem Walmdach wurden neu aufgebaut. Der vordere Teil erhielt einen Eingangsvorbau und die Parkfront eine zweiflügelige, geschwungene Freitreppe, die wegen ihrer Baufälligkeit später aber abgerissen wurde. Am 17. August 1922 ging das Gut inklusive des Schlosses für 1,5 Millionen Mark in den Besitz der Gemeinde Bernsdorf über. In der Zeit der DDR passierte zwar im Rathaus einiges, am Rathaus jedoch nicht allzu viel. Auf der Rückseite des Gebäudes wurden zum Beispiel der Balkon und die Freizeittreppe abgerissen. Den Torbogen gab es noch. Im Gebäude des heutigen Bernsdorfer Rathauses residierten bisher 16 verschiedene Bürgermeister. Die letzte große Sanierung startete 2011, bei welcher sowohl innen als auch außen das Haus komplett erneuert wurde. Dabei wurde auch ein Aufzug installiert. Also 2011 sind wir ausgezogen, 2013 wieder rein und wir haben viele interessante Sachen gefunden. Kleine Figuren, Fresken, ähnliches. Allerdings, was wir nicht gefunden haben, den unterirdischen Gang nach Wiednitz, den Fluchtgang von beiden Seiten. Diesen zu finden ist vielleicht eine der großen Aufgaben für die kommenden 100 Jahre. Ein solcher Fluchtgang wäre ca. 2 Kilometer lang und hätte den Schlossteich und die sumpfigen Wiesen unterqueren müssen. Heute auf jeden Fall erstrahlt das Haus in neuen, kräftigen Farben. Innen wartet es mit moderner Einrichtung auf, kombiniert aus Alt und Neu. Also es dürfte das älteste Gebäude sein, eine alte Sumpfburg, ja. Und es dürfte das schönste, interessanteste Gebäude mit sein. Auf jeden Fall, was die Stadt hat. Sind wir stolz drauf. Heute beherbergt es neben der Stadtverwaltung auch das Standesamt, das Forstrevier, sowie den Polizeistandort Bernsdorf des Polizeirevieres Hoyerswerda. Der aktuell amtierende Bürgermeister ist Harry Habel und er wird es auch noch für die kommenden Jahre bleiben. Untertitelung. Vielen Dank.